Es wäre einfach nicht verdient gewesen. Er hat ein Eckballtor geschossen. Man kassiert einmal in 100 Spielen ein Flanken-Eckballtor. Und zwei Tore, die auch lucky waren einfach. Skript zerrissen, ganz genau. Ja, Hashtag stärker als das Skript. Boom, Alter! Kein Abseits. Oh, das will ich mir gleich nochmal anschauen. Also ich habe CA7 absolut im Abseits gesehen. Ich habe nur darauf gewartet, dass der Dingenschen kommt. Ja, wir dürfen als Spielernisse kaufen. Wir sollen erst mit Bein lassen. Das ist so lächerlich, ich schwöre. Ich schwöre, ich habe jeden Jubelkiss gekippt. Er macht das 1,5 und schuscht mich zur Mittellinie. Mann, was ist das? Ach, na komm, Alter. Es ist so kr... Mann. Ja, ja, okay, mach deine Stranddecke, Dame, okay. Du wirst so Karma kassieren. Boah, Junge, wenn ich ein Tau mache, ich schwöre. Ja, komm, deine Kopfhörer rein, ja. Lehn dich zurück, du wirst noch sehen, Alter. Karma wird dich noch hops nehmen, ich sag dir. Ich sag dir, Alter. Ach, ja, Karma ist so schön. Stranddecke raus. Ja, Mann, bringen wir uns mal hin. Ist das eine I-Camp? Ist das eine I-Camp? Ja, ist das eine I-Camp. Brasilien, oh mein Gott. Bitte Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldinho, bitte Ronaldinho. Pelé, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott, er hat Pelé 3. Ich habe 98er Pelé gezogen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was macht er da? Bitte, ich will das Tor angucken. Guck mal, er drückt weiter. Ich habe keinen Bock auf sowas, Jungs. Guck mal bitte, was mein Torwart macht. Das soll auch noch ein Tots, Oblach sein. Ich habe keinen Bock auf sowas, Jungs. Ohne Spaß. Ey, komm schon, Digga. Zwei mal, drei mal näher am Ball. Und das klippt jetzt irgendjemand. Wenn mir das keiner erzählt, dass das nicht Momentum ist. Habt ihr das gesehen, wie er den Ball geklärt hat? Und ich glaube, es war sogar Opa Meccano. Habt ihr das gesehen eben? Fick dich. Fick dich! Was ist das für ein Scheißspiel, Mann? Was war das denn? Klipp auf mein Gott, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Oh mein Gott, der ist gegen den Züchlechtestor im Spiel. Klipp das bitte, FIFA Deutschland, ich komme. Hä? habt ihr das gerade gesehen leute der reißt den einfach zum boden das passiert nix also basti muss auf jeden fall gute laune haben weil heute ist kein guter tag glaubt mir was passiert nein 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 von der sah ich komme ich habe nicht mehr gesteuert ja ist aber auch ein klares voll dann da haben wir doch den klipp hier ein totz jawoll ja wohl noch einer back to back come on das kann doch nicht wahr sein ich habe den controller nicht mal in der hand ich hatte den controller nicht mehr in der hand er kriegt ein elfer was ist das bitte ich krieg ein speed lag oh mein gott ich machs toll im speed lag und kipp den scheiß der ball kommt an ich kann nichts machen david luiz der steht da er steht da komm den hauen wir rein wie macht man das kamera ändern hier was mal auf ein tor geschossen ein einziges mal ein schuss aufs tor was laberst du als zuschauer sind immer mehr die angezeigt sind da luil was das jetzt für ein bug was hat kanzel oder gemacht den drehe ich jetzt mitnehmer rein oh mein gott hä warum feiert sich koretzka der war doch gar nicht mal dran hä als ob der dran war niemals safe net das kann nicht sein tatsache er wird den ball nicht er klaut nehmen das tor einfach koretzka verheirat sich für das tor was nicht mal ihm gehört ja oh mein gott was macht messi da er fällt einfach hin habt ihr das gesehen ja sie versuchen zweiter schoss zur führung und drinnen jetzt sieht hier alles nach einem sieg aus kalt ey 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 sieh ey 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 Ich hab jetzt um euch hier geschrieben. Bro! Was bist du für ein Mensch? Ey ich heule. Ich schwör. Der Typ kippt mich.